Hallo zusammen mit diesem Ritualplatz begrüsse ich euch hier auf meinem Kanal Krissiskräuteraboteger. Schaut mal, hier ist der Ritualplatz, wo wir dann Gespräche führen, Übungen machen beim Waldbaden. Hier auch noch ist ein ganz spezieller Platz. Hier am Ritualplatz habe ich jetzt ein Mandala gelegt, wie ihr seht, mit Rosen, Orangen. Es ist ein spezieller Platz, hier ist noch ein Tierkopf. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch was finde. Wie ihr seht, habe ich noch was gefunden, das Moos. Und somit wünsche ich euch einen tollen Tag. Und wenn ihr Lust habt zum Mitkommen, meldet euch an. Ich schreibe es unten rein.